Zu jener Frist ging Jesus an den Sabbaten durch die Saaten. Seine Jünger aber hungerten und begannen Ehren abzurupfen und zu essen. Die Pharisäer aber, es gewahrend, sagten zu ihm, Siehe, deine Jünger tun, was nicht erlaubt ist, am Sabbat zu tun. Er aber sagte zu ihnen, Laset ihr nicht, was David tat, als ihn hungerte und die mit ihm, wie er einging in das Haus Gottes und sie die Schaubrote aßen, die ihm nicht erlaubt waren zu essen, noch denen mit ihm, außer den Priestern allein? Oder laset ihr nicht im Gesetz, dass an den Sabbaten die Priester in der Weihstätte den Sabbat entheiligen und schuldlos sind? Ich aber sage euch, einer größer als die Weihstätte ist hier, wenn ihr aber erkannt hättet, was dies ist. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, ihr würdet die Schuldlosen nicht schuldig sprechen, denn Herr des Sabbats ist der Sohn des Menschen. Und da er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge und siehe, ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand und sie fragten ihn und sagten, Ob es erlaubt ist, an den Sabbaten genesen zu lassen? Auf das sie ihn verklagten. Er aber sagte zu ihnen, Welcher Mensch unter euch wird da sein, der ein Schaf haben wird, und so dies in eine Grube fällt an den Sabbaten, wird er nicht es erfassen und emporheben? Wie viel vorzüglicher ist nun ein Mensch denn ein Schaf, so dass es erlaubt ist, an den Sabbaten edel zu tun? So dann sagte er zu dem Menschen, Strecke aus deine Hand! Und er streckte sie aus, und sie ward wieder hergestellt, gesund wie die andere. Da sie aber herauskamen, hielten die Pharisäer eine Beratung wieder ihnen, damit sie ihn umbrächten. Da aber Jesus es erfuhr, zog er sich von dort zurück, und es folgten ihm viele, und er ließ sie alle genesen. Und er verwarnte sie, auf das sie ihn nicht offenbar machten, auf das erfüllt werde, das geredet ist durch Jesaja, den Propheten, der da sagt, Siehe, mein Knecht, den ich mir vorziehe, mein Geliebter, an dem meine Seele ihre Lust hat, ich werde meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Nationen Gericht verkünden. Nicht wird er hadern, noch schreien, noch wird jemand hören, seine Stimme in den Plätzen. Zerstoßenes Rohr wird er nicht zerknicken, und glimmenden Flachsdorch wird er nicht löschen, bis dass er das Gericht hinaustreiben sollte zum Siege. Und auf seinen Namen werden sich die Nationen verlassen. Dann ward ein dämonisch Besessener zu ihm gebracht, blind und taubstumm, und er lässt ihn genesen, sodass der Taubstumme spricht und erblickt. Und es entsetzten sich alle, die scharen und sagten, Dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Da aber die Pharisäer es hörten, sagten sie, Dieser treibt die Dämonen nicht aus, als nur durch den Belzebul, den obersten der Dämonen. Da er aber ihre Überlegungen wahrnahm, sagte er zu ihnen, Jedes Königreich, wieder sich selbst geteilt, wird veröden, und jede Stadt oder Haus, wieder sich selbst geteilt, wird nicht bestehen, und wenn der Satan den Satan austreibt, ist er gegen sich selbst geteilt. Wie wird nun sein Königreich bestehen? Und wenn ich durch Belzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Deshalb werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, kommt demnach auf euch ein Vorgeschmack des Königreichs Gottes. Oder wie kann jemand eindringen in das Haus des Starken und seine Geräte plündern, so er nicht zuerst sollte binden den Starken, und dann wird er sein Haus plündern. Der nicht mit mir ist, der ist wider mich, und der nicht mit mir sammelt, der versprengt. Deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird erlassen werden den Menschen, des Geistes Lästerung aber wird nicht erlassen werden. Und wer da sollte ein Wort sagen wider den Sohn des Menschen, es wird ihm erlassen werden. Wer aber etwas sollte sagen wider den Geist, den Heiligen, ihm wird es nicht erlassen werden, weder in diesem Äion noch in dem zukünftigen. Entweder machet den Baum edel und seine Frucht edel, oder machet den Baum faul und seine Frucht faul, denn an der Frucht erkennt man den Baum. Otternbrut, wie könnt ihr Gutes sprechen, da ihr böse seid? Denn aus der Überfülle des Herzens spricht der Mund. Der gute Mensch holt aus dem guten Schatze Gutes hervor und der böse Mensch holt aus dem bösen Schatze Böses hervor. Ich aber sage euch, jede müßige Rede, die die Menschen aussprechen werden, sie werden Rechenschaft in Betreff derselben erstatten am Tage des Gerichts. Denn aus deinen Worten wird man dich rechtfertigen und aus deinen Worten wird man dich schuldig sprechen. Dann antworteten ihm etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sagten, Lehrer, wir wollen von dir ein Zeichen gewahren. Als Antwort aber sagte er zu ihnen, Die Generation, die Böse und Ehebrecherin trachtet nach einem Zeichen und ein Zeichen wird man ihr nicht geben, außer dem Zeichen Jonas, des Propheten. Denn ebenso wie Jonas war, drei Tage und drei Nächte in des Seeungeheuers Leibe, also wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte sein in dem Herzen der Erde. Männer, Niniviter, werden auferstehen im Gericht mit dieser Generation und werden sie verurteilen, da sie umsinneten bei dem Heroldsruf des Jonah und siehe, mehr als Jonah ist hier. Die Königin des Südens wird erweckt werden im Gericht mit dieser Generation und wird sie verurteilen, denn sie kamen von den Enden in der Erde zu hören, die Weisheit Salomos. Und siehe, mehr als Salomo ist hier. Wenn aber der unreine Geist ausfährt aus dem Menschen, so durchzieht er wasserlose Orte, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann sagt er, in mein Haus werde ich umwenden, von wo ich ausfuhr. Und da er kommt, findet er es unbesetzt und gefegt und geputzt. Dann geht er hin und nimmt mit sich sieben anderweitige Geister, Ärger als er selber und hineinfahrend hausen sie da selbst. Und es wird das letzte jenes Menschen Ärger als das erste. Also wird es auch sein mit dieser Generation der Bösen. Da er noch sprach zu den Scharen, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten mit ihm zu sprechen. Es sagte aber jemand von seinen Jüngern, Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen, sie suchen dich zu sprechen. Als Antwort aber sagte er zu dem, der es ihm sagte, Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und seine Hand ausstreckend über seine Jünger sagte er, Siehe, meine Mutter und meine Brüder, denn wer da sollte tun den Willen meines Vaters in den Himmeln, er ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. An jenem Tage ging Jesus hinaus aus dem Hause und setzte sich an das Meer. Und es versammelten sich zu ihm viele Scharen, so dass er in ein Schiff stieg, zu sitzen und die gesamte Schar stand auf dem Strand. Und er sprach vieles zu ihnen in Gleichnissen und sagte, Siehe, es ging der Seemann aus, um zu sehen und indem er sehte, fiel zwei etwas an den Weg und es kamen die Flügler und fraßen es. Anderes aber fiel auf das Felsige, wo es nicht viel Erde hatte und sofort schoss es auf, darum, dass es keine Tiefe der Erde hatte. Da aber die Sonne aufging, ward es versenkt und darum, dass es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel auf die Dornen und hoch kamen die Dornen und erstickten es. Anderes aber fiel auf das Land, das ausgezeichnete und gab Frucht, welches zwar hundert, welches aber sechzig, welches aber dreißigfältig. Der Ohren hat zu hören, der höre. Und herzukommend sagten die Jünger zu ihm, Weshalb sprichst du in Gleichnissen zu ihnen? Als Antwort aber sagte er zu ihnen, Euch ist es gegeben, zu erkennen die Geheimnisse des Königreichs der Himmel. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird man geben, und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, auch was er hat, wird man von ihm nehmen. Deshalb spreche ich in Gleichnissen zu ihnen, auf das sie blickend nicht erblicken und hörend nicht hören noch verstehen. Und erfüllt wird an ihnen das Prophetenwort des Jesaja, das da sagt, Mit dem Gehör werdet ihr hören und möget nimmer verstehen, und blickend werdet ihr erblicken und möget nimmer gewahren, denn verdickt ist das Herz dieses Volkes, und mit ihren Ohren hören sie schwer, und ihre Augen schließen sie, damit sie nicht gewahreten mit den Augen. Und mit den Ohren höreten und mit dem Herzen verstünden und sich umwendeten, und ich sie heilen werde, glückselig aber eure Augen, da sie erblicken, und eure Ohren, da sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und gerechte Begehren zu gewahren, was ihr erblickt, und gewahren es nicht, und zu hören, was ihr hört, und hören es nicht. Lasst uns weiterarbeiten und pflichtbewusst die Verantwortung wahrnehmen, die uns gegeben ist. Sucht ein Leben mit Sinn und erkennt eure Berufung. Bringt ein Leben mit Sinn die Fülle in mein Dasein? Wird mein Dasein bedeutsam, wenn ich meine Berufung erkenne? Bestelle das Fiebelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fiebelzeit.de